So, liebe Leute, der Januar neigt sich dem Ende zu und das heißt, es wird mal wieder Zeit für meinen persönlichen Rückblick über die besten und schlechtesten Filme im vergangenen Monat. Und im Januar habe ich einiges an Klassikern besprochen, drei Serien, ein paar Filme, die aber auch erst im Februar rauskommen. Aber was den Januar angeht, dennoch neun Kinofilme, einen Film, der auf Amazon Prime Video rausgekommen ist und zwei Netflix-Produktionen. Also alles Sachen, die ihr anschauen könnt und die packen wir jetzt mal in ein Ranking aus meiner Sicht. Was die Filme anbelangt, wo ich sage, eher enttäuscht oder würde ich die Finger von lassen. Oder absolute Empfehlung und wie immer auch im Mittelfeld, was ich nicht jetzt besonders ausdehne. Kurz vorneweg, nicht gesehen, diesen Monat habe ich Roleplay, Baby to go, dann 15 Jahre, der Hannah-Herzsprung-Film, der hat schon so einen Indie-Hype, den sollte ich wahrscheinlich noch nachholen. Mean Girls, vielleicht gucke ich den noch und Argyle, habe ich leider nicht in der PV sehen können, kommt die Woche noch, die Review startet aber offiziell noch. Ah, nee, startet ja als 1. Februar, also bin ich ja doch fein damit, siehst du, Argyle, kein Problem, habe ich dann im nächsten Monatsranking drin. So, fangen wir an, wie immer bei den Filmen, wo ich sage, Finger davon lassen. Für mich ganz unten diesen Monat war Lift, der neue Kevin-Hart-Film auf Netflix. Wirklich schwierig mit Kevin Hart, der irgendwie immer die ständig gleiche Rolle spielt. Ich finde ihn in seinen Stand-Up-Shows eigentlich relativ gut und man konnte auch in seiner eigenen Dokuserie auf Netflix sehen, dass er eher danach gilt, Milliardär zu werden und einfach der Erfolg das Wichtigste ist. Alles, was aber dafür sorgt, dass schauspielerisch nicht viel drin ist. Das merkt man auch, wie der Lift vor der Anführer von einer Gauner-Gruppe ist in einem F. Gary Gray Film, der ja unter anderem mit Italian Jobs schon gezeigt hat, wie man ein Heist-Movie macht, also Filme, bei denen man Leuten über die Schulter schaut und von einem kleinen NFT-Raub am Anfang wird er gezwungen von der Regierung, letztendlich 500 Millionen Dollar wert in Goldform aus einem Flugzeug zu entwenden und dann wird das so eine sehr zusammengebaute, konstruierte Nummer, die weder coole ist noch charmant ist. Wirkt alles so, als wäre es der Schatten vom Schatten von Ocean's Eleven. Lift war für mich so eine schon anstrengend anzusehen und relativ zähe Geschichte auf Netflix. Aber Kevin Hart bringt das immer wieder leider und für mich ganz unten in diesem Monat. Gefolgt von The Palace. Dass das ein Roman Polanski-Film ist, der, glaube ich, in Venedig gezeigt wurde, das glaubt man gar nicht. Ich meine, er hat große Filme gemacht in seiner Karriere, ob in China Town, ob in Pianist und viele andere. Und hier spielt Oliver Masucci einen Hotel-Chef oder Direktor in der Nacht von, oder in der Silvesternacht von 1999 ins Jahr 2000. Also das große Thema Millennium Bug. Alle haben Angst, könnte der Strom ausfallen, könnte die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Und das in einem besonderen Hotel, The Palace in den Schweizer Alten. Nobel-Luxus wird zumindest behauptet, weil in den Settings sieht das eher runtergekommen und total dröge aus. Auch die Beleuchtung von diesem Film ist regelrecht billig. Und darüber hinaus kommen verschiedenste Leute zusammen, wie Milan Peschel, der zusammen mit Mickey Rogue spielt. Und so viele komische Charaktere von dem Miljadär über einen Finanzhai, über einen Schönheitschirurgen und Frauen, die den die ganze Zeit belagern. Und eine Countess und so ganz skurrile Egos, alle zusammengeworfen. Und das wirkt alles so ein bisschen wie Triangle of Sadness in sehr, sehr langweilig und null lustig. Da dachte ich so bei The Palace, oh wow, das ist wahrscheinlich einer der schwächsten, wenn nicht der schwächste Film von Roman Polanski. Zumindest aus meiner Sicht auf Platz 2 von unten gesehen im Januar, was die besten und schlechtesten Filme angeht. Dann kommt der Film, wo mir viele widersprechen werden, weil im Kino scheinen viele Spaß zu haben. In Deutschland geht er gut. Ich rede von The Beekeeper, Jason Statham. Ich seh den gerne. Filme wie Bube, Dame, König, Gras, Snitch, Snitch, Snitch natürlich. Also im Grunde alles, was er mit Guy Ritchie gemacht hat. Aber selbst Mac mochte ich ehrlicherweise oder in Expandables 2. Der ist einer, der immer wieder mit seiner kantigen und rauen Art, und der Mann ist glaube ich mitten in seinen 50ern, einfach so wahnsinnig topfit, hier jetzt einen Bienenzüchter gibt, der aber in Wirklichkeit einer Organisation namens der Beekeeper mal angehört hat und außerhalb des Systems das System beschützt und dem es nach Rache dürstet, nachdem eine Frau, bei der er Unterschlupf gefunden hat, abgezockt wird. Über Cyberkriminalität und er dabei ein ganzes Netzwerk aufdeckt, bis hin in die höchsten Kreise. Ziemlich brutal immer wieder, Story aber wahnsinnig flach und die Dialoge halt schon so trashig, dass es gewollt sein muss in der deutschen Synchro, dass es so drüber ist. Ich fand es in den meisten Belangen so langweilig, mir The Beekeeper anzuschauen. Da hat Jason Statham deutlich Besseres gemacht, aber nicht in letzter Zeit aus meiner Sicht, weil Expandables 4 war eine absolute Frechheit, wie der aussah. Und auch Mac 2, da haben sie ihn völlig von dem beraubt, was er im ersten Teil ausgemacht hat. Und ich wünsche mir da wieder so ein bisschen mehr Schmackes, nicht nur physischer Art, sondern auch auf seine Art und Weise a la Crank oder Transporter in die Richtung, was dann nochmal einen ganz anderen Vibe mit sich brachte. Auf jeden Fall, The Beekeeper, für mich war es nix. Als nächstes, wo die Lüge hinfällt, läuft ebenfalls ziemlich gut in Deutschland. Mit Sydney Sweeney in der Hauptrolle, die kennen viele aus Euphoria, und Glenn Powell aus Top Gun Maverick. Sie ist Jurastudentin, muss dringend auf Toilette, landet in einem Coffeeshop, wo aber die Schlange sehr lang ist der Kunden und die Verkäuferin ihr sagt, ja, nur als Kundin dürfen sie auf Toilette. Er steht vorne in der Schlange, sieht sie, gibt sich als ihr Ehemann aus, deswegen kann sie auf Toilette und dann ist eigentlich schon die große Romanze geboren. Zumindest für eine Nacht und durch ein Missverständnis gibt es dann ganz viel Wut und Abstand, bis sie sich auf einer Hochzeit und die Zeit, die davor gelagert ist, in Australien einen wunderschönen Anwesen am Strand wiedersehen müssen und irgendwie überlegen, vielleicht um allen Konflikten aus dem Weg zu gehen, die die Familie so aufbauscht, so zu tun, als wären sie zusammen. Das ist, wo die Lüge hinfällt. Das ist eine Rom-Com, Rom-Coms können sehr charmant sein. In den letzten Jahren immer wieder auf Netflix gelandet, fast schon überspült damit und Ticket ins Paradies, finde ich, hat im vergangenen Jahr gezeigt mit Julia Roberts und George Clooney, was für einen Unterschied das machen kann, wenn die Chemie stimmt und wenn die Erfahrung stimmt und vor der Kamera Leute sind, die da eben auch ordentlich abliefern. Aber Sidney Sweeney wirkt hier leider sehr begrenzt in dem, was sie darstellt. Die Konflikte, die reingeschrieben werden in ihre Figur, die kriegt Will Gluck als Regisseur, nicht rein inszeniert, während Glenn Powell ein bisschen mehr ein Gefühl hat für ein witziges Momentum, trägt das einfach nicht, diesen Film. Vor allem der erste Konflikt, der ist so lazy geschrieben, wenn im Grunde etwas passiert, was man innerhalb von einem einminütigen Gespräch ausräumen könnte und die Charaktere mir auch erzählt werden, als wären sie eigentlich so einfühlsam und auch wenn die sich dann necken und streiten, wirkt das die ganze Zeit so, als wären die maximal in der Friendzone. Aber richtige Romanze kommt da nicht rein und eine Rom-Com oder wirklich einen romantischen Faktor, das ist zu wenig aus meiner Sicht. Süß wird der Film dann, wenn ein bisschen gesungen wird und das passiert hauptsächlich im Abspann. Und für mich verwunderlich, dass der bei all seiner Nacktheiten FSK 0 bekommen hat in Deutschland, während er überall in der Welt sonst ab 13, 14, 15, 16 freigegeben ist, R-Rated in den USA oder in Malaysia sogar verboten ist. Ja, das ist so sehr seichtes Gewässer. Ich finde, da gibt es deutlich und viele bessere Vertreter, beispielsweise Easy A, einfach zu haben, den dieser Regisseur in Szenita mit Emma Stone in der Hauptrolle. Okay, dann relativ enttäuscht war ich, weil meine Erwartungen dann doch hoch waren, von Sofia Coppola's Priscilla, quasi der andere Blick auf Elvis Presley aus der Sicht von Priscilla Presley mit Kelly Spinney und Jacob Elordi in den Hauptrollen. Es ist ihr Weg, es ist ihr Kennenlernen im Leben dieses Schattens, dieses großen Weltstars, toxische Beziehungen, wie sie in einem goldenen Käfig im Grunde benutzt wird, ausgenutzt wird, wartet und leidet. Und ich finde, dieser Film tritt die ganze Zeit auf der Stelle. Nämlich an dieser Stelle, dass sie durch die Gegend guckt und wartet, dass ihre große Liebe zurückkehrt, was sie alles ertragen muss, so richtig durchschlägt. Dieser Schmerz dann nicht. Und was sie dann, also am Ende von Priscilla, so heißt der Film, beruht auf ihren Memoiren, weiß ich ehrlicherweise kaum was über Priscilla. Und das finde ich so schade, weil erst in den letzten 10, 15 Minuten passiert da irgendwas, wo ich so denke, ah, okay, die hat wirklich auch vielleicht eigene Hobbys oder Wünsche, wie sie gedenkt zu leben. Und das war mir dann doch zu wenig. Hat er mich darauf gefreut, das hat es dann nicht gebracht. Und dann noch an der Liste der für mich eher enttäuschenden Filme, Das Erwachen der Jägerin, beruht auf dem gleichnamigen Roman. Ich habe mich ehrlicherweise darauf gefreut, auf den Neil Berger-Film, weil ich auch Daisy Ridley gerne sehe. Mal wieder vor der Kamera sehe, zusammen mit Ben Mendelsohn, ist das quasi ein Film über eine Hassliebe zwischen Vater und Tochter. Er ist bekannt als der Marsch-King. Sie wächst als kleines Mädchen in der Wildnis mit ihm und seiner Mutter auf, bis sich herausstellt, dass die Mutter gezwungen wurde, gefangen wurde, dieses Kind, also sie zu bekommen, die die Daisy Ridley spielt, Helena. Und der Vater landet dafür im Gefängnis, das Mädchen entfremdet sich von der Mutter. Dann haben wir einen Sprung aufs Erwachsensein. Und diese Frau, die sich irgendwie eine Familie aufgebaut hat, aber die immer von ihrer eigenen Vergangenheit gejagt wird, muss erfahren, dass ihr Vater aus dem Gefängnis ausbricht und sie aufsuchen wird. Und deswegen beschließt sie mit allem, was sie gelernt hat in der Wildnis, sich zur Wehr zu setzen. Und das in den Sümpfen und der Wildnis irgendwo im Nirgendwo. Eigentlich ein ganz geiles Setting, die Grundidee gar nicht schlecht. Die Chemie zwischen Vater und Tochter überträgt sich nur bedingt. Der Film setzt den Fokus auf dieser Phase zwischen Kind und Erwachsenwerden so gar nicht, macht einen Zeitsprung, sodass überhaupt nicht klar wird, warum entfremdet sich diese Frau von ihrer Mutter. Wie denkt sie eigentlich über ihren Vater? Wie ist die zu ihrer Familie gekommen? Weil dann sehr schnell behauptet wird, dass sie im Grunde auch lügen würde, damit alles so bleibt, wie es ist in ihrem Scheinleben. Und diese beiden unterschiedlichen Figuren, Kind und Frau, passen einfach nicht zusammen. Die ergeben so keinen richtigen Sinn. Und es wirkt so, als hätte der Film aus dem Buch essenzielle Stellen, damit man sich den Figuren nähern kann, entschieden wegzulassen und bei anderen sehr langsam und relativ dröge zu bleiben, weil sehr wenig passiert in diesem Film. Und wenn es dann mal ein bisschen mehr zur Sache geht, wird dieses ganze Thema Wildnis und Sumpf ehrlicherweise auch nicht benutzt, was sehr schade ist. Ich glaube, mit einem anderen Blick wäre da Potenzial gewesen. So war das Erwachen der Jägerin deutlich weniger, als ich mir erhofft habe. So, im Mittelfeld haben wir im Januar aus meiner Sicht gehabt Saints and Sinners, den neuen Film von Jim Neeson, quasi so eine Art irischer Western, in die 70er Jahre gelegt. Einer seiner besseren Filme, könnt ihr auf Amazon Prime Video schauen. Dann 60 Minuten, den fand ich jetzt von der Story äußerst schwach, auch als Berliner mit all den Locations. Aber ich mochte die Choreografien, weil das ein deutscher MMA-Film ist. Und da ist Genre für mich erstmal ganz geil, dass Netflix den macht. Also ihr hört, ihr könnt 60 Minuten auf Netflix scharen mit dem Mio Sakraya. Einzig und allein die Kamera aus meiner Sicht viel zu ungekonnt. Diese Kampfchoreografien eingefangen, da wäre noch richtig viel mehr drin gewesen. Dann Next Goal Wins, den Taika bei Titti-Film, der weltweit ziemlich geflattert wird. Ich fand den ziemlich sweet und konnte ihm einiges abgewinnen. Und dann habe ich im Mittelfeld noch der Junge und der Reiher, der neue Miyazaki-Film, also Studio Ghibli-Film. Er wird sehr, sehr gelobt. Ich muss sagen, der hat mich an vielen Momenten doch zu kalt und unberührt gelassen. Mit Rückblick aufs letzte Jahr fand ich da zum Beispiel ein First Slam-Dank da nochmal um einiges besser als der Junge und der Reiher. Schade, weil natürlich sowas wie Prinzessin Mononoke, Shihiros Reise, das wandelnde Schloss, mein Nachbar Totoro und... Bin ich da gerade richtig mit dem Titel? Na, ihr wisst ja, was ich meine. Der hat große Meisterwerke geschafft im Anime-Bereich und auch für nicht wenige absolute Lieblingsfilme. Und der Junge und der Reiher hat ein paar schöne Bilder, ein paar denkwürdige Momente, aber leider dahinter doch ganz schön viel Interpretationsfläche. Zumindest aus meiner Sicht dann auch zu viel. Und dann gibt es zwei Filme, die wirklich knaller sind. Da muss man traditionell sagen, der Januar ist immer natürlich auch so ein Award-Season-Monat, wo die großen Blockbuster sich nicht wiederfinden. Das geht dann oft dann erst so mit Richtung, in diesem Jahr ja mit Februar, mit Jun 2 und dann Richtung März und früher dann für gewöhnlich weiter. Weswegen jetzt hier, sage ich mal, eher die cineastischen Filme auch dominieren. Für mich auf Platz 2 der Filme des Monats ist The Holdovers, der neue Alexander Payne-Film mit Paul Giamatti. Die Geschichte eines Professors an der Barton Academy in den 70er Jahren oder 1970 zu den Weihnachtsferien, der quasi, ja, fast ein Menschenhasser ist, aber auch nicht gemocht wird von den Menschen und auf die Jungen an dieser Akademie aufpassen soll, die nicht nach Hause dürfen oder nach Hause können während der Ferien. Und das reduziert sich irgendwann auf ein Trio, auf ihn, auf einen sehr außenseitigen oder aufmüpfigen Schüler und auf eine Köchin, die kürzlich ihren Sohn im Vietnamkrieg verloren hat. Und die verbindet ganz viel. Und dieser Film ist ganz fein und warm geschrieben und erinnert mich an der Club der Toten Dichter, den ich schon ewig nicht mehr gesehen hatte und danach direkt nochmal nachgeholt habe. The Holdovers. Er hat sehr warm, sehr clever die Verbindungen und Momente geschrieben. Ich fand das einen sehr, sehr schönen Film auf meinem Platz 2. Und Platz 1 habe ich ja schon vor Monaten besprochen, weil ich kaum darauf warten konnte, ihn zu sehen. Jorgos Lantimos' Poor Things. Also für mich mit Abstand sein bester Film. Ich bin ja mit The Favourite oder Killing of a Sacred Deer nie so richtig warm geworden. The Lobster letztens nachgeholt. Den fand ich schon dann wiederum interessant. Aber Poor Things habe ich geliebt. Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Quasi so eine, ja, Frankensteins-Monster-Geschichte. Emma Stone spielt hier Bella Baxter. Einen kleinen Kind im Körper einer erwachsenen Frau, die die Welt und alles ringsherum, wie die Gesellschaft, aber auch die Geflogenheiten erkundet, alles hinterfragt. Und es ist ein Film, der auf eine sehr kreative Art und Weise mit krass guten Settings, tollen Kostümen, eingänglicher, wenn auch besonderer Musik, und sehr starken schauspielerischen Leistungen den Weg einer Frau zeichnet, die im Grunde alles hinterfragt. Das sowohl auf philosophischer als auch auf rein physischer Art und Weise. Und ich fand ihn wahnsinnig unterhaltsam. Richtig toll. Einer dieser Filme, die mir im Grunde so ein bisschen wieder vor Augen geführt haben oder die mir da manchmal zeigen, wo ich im Kino sitze, was für ein Magiekino manchmal sein kann. Sicherlich nicht für jeden was, aber ich habe Poor Things wirklich richtig, richtig gerne gemocht. Mein Platz 1 im Januar und sicherlich auch einer meiner Lieblingsfilme dann gesamt dieses Jahr, die er werden wird. Oder ich habe ihn ja, weil ich ihn schon gesehen hatte, auch letztes Jahr ins Ranking schon mit reingenommen. Auf jeden Fall holt ihn gerne nach. Der hat auch in Deutschland erfreulicherweise einen richtig guten Kopienschnitt. Bedeutet, der ist in sehr wenigen Kinos gestartet, um die 140 am Anfang, aber hat einen Kopienschnitt von über 500, was ein sehr, sehr starker Wert ist. Und dementsprechend sind die Leute auf jeden Fall mal interessiert. Rund um Poor Things. Und damit sind wir durch. Durch mein Ranking bei Filmen, wo ich sage, schwierig, Mittelfeld. Oder wo ich sage, schaut euch die gerne an. Ich hoffe, da ist was dabei, wo ihr euch darüber freut. Und ich weiß, Meinungen sind oft unterschiedlich. Und ihr habt sicherlich auch ganz andere Ansichten. Aber solange wir über Filme diskutieren und das meinetwegen erregt, aber respektvoll tun, ist der Sache, glaube ich, positiv einiges zugute getragen. Okay, das war, glaube ich, kein Satz. Na egal. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokuschauen.